Hallo, seid gegrüßt, liebe Gaming-Fans, herzlich willkommen im Austrian Gaming Vault zu einer weiteren Episode von Arma 3 Co-op Missions, heute Dawn of the Dead, eine Zombie-Apokalypse-Mission, wir müssen entkommen der Apokalypse, wie wir es machen, wissen wir noch nicht, und ja, ich wünsche euch viel Spaß und ich sehe euch das nächste Mal. Da fährt ein bewaffnetes Fahrzeug in die Tankstelle rein, ja, da sitzt sogar einer oben an der Gun hinten, der hat geschossen. Mein Name ist Quadox, AGV out. Ganz schön riesige Saison. Okay, was muss ich denn machen? Ja, den Piloten finden. Und Task cancelled, Gas finden, hier bei der Tankstelle. Zwei Schüsse braucht so ein Zombie, interessant. Ah, okay. Okay, Camp von Osten kommend. Inspect the Camp. Oben am Hügel sehr viele Gegner. Und bei uns unten auch. 200 Meter, right up ahead. Vor uns bitte, komm mal her. Komm mal her. Man, 100 Meter, front. Okay. Okay. Richtung Hügel, da kommen wir nachher an, ne? Oh, mich haben sie ausknockt. Mit einem Schlag. Mit einem Schlag, okay. Na gut, warte, ich räum hier auch mal weg. Ja, 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 hau mal weg. Da halt der Obertz nicht überleben zu können. Oh, nach wann. Okay. Nicht schlafen, komm. Ja, er rastet sich aus. Der Apokalypse ist anstrengend. Denkt er sich. Oh. Okay, let's go. Okay, immer dieses Campchen. Berg. Zombies am Berg. Wir haben ja eigentlich keine Nachtsicht. Na, aber nicht. Weil es mit Explosionen vielleicht besser sieht. Ja, genau. Oh. Oder was? Muss mein Scope hin, es ist weg. Einfach. Da ist es. Passt. Wow, die kommen. Die kommen, die kommen. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Okay. Noch einmal We-Arm und dann geht's. Jo. Schau mal in die andere Kiste noch rein. Oder eigentlich vielleicht das Flashlight. Ja, kann ich sogar auch nehmen. Cool. Land. Okay, los. Okay, let's go. Zum Pilot, der ist am Haus da vorn. Wie's ausschaut. Da brennt was. Zombie hinter uns. Bei euch zumindest. Ja. Vor uns links auf der Straße haben auch Kontakt. Ja. Und mehr, weil da will ich jetzt gar nicht schießen. Nee, dann lass weiter. Nur, wenn sie zu nahe kommen. Okay, ja, durch den Garten da. Schaut gut aus. Oh, da kommt was. Vor uns, ja. Hinter dir war gerade ein Hase. Hahaha. Ich hoffe, der ist nicht... Zombie-Hase. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, der ruft uns nicht an. Oh, ist er schon in Krier zu sehen? Da kommt was. Hals. Ja. Ja, we made it. Find the pilot. Fertig, abgeschlossen, gut. Talk to the pilots, ja. Okay, haben wir jetzt Zombies? Oh, scheiße. Ja. Ich bleib hinter dir, ich geh drücklicher. Da kommen welche. Vorsicht. Da kommen viele. Werft Granate? Ja, copy. Die hat mich hier so getroffen, übel. Achstens. Hinter dir. Wow. Passt, alles klar. Alles klar. Granate. Geht weg. Ich verbinde mich. Okay. Okay. Gehen nachladen und hoch. Let's go. Gehen nachladen und hoch. Ja, ist 300 Meter. Ja, ist 300 Meter. Ja. Okay. Okay, copy. Okay, da ist der Pilot. Drei oben. Ja, ja. Ich komm. Da ist er. Okay, guys, no time to lose. All we need is a boat, okay. Und er hat ein Boot. Wieso nicht den Heli? Wieso nehmen wir nicht? Da steht ein Heli. Get the boat. Er sagt, get the boat. Ich steige den Heli an. Okay. Aha. Running out of fuel. Okay, woher müssen wir? Zum Boot. Und zwar. Ah, da oben hinten. Ne, wir müssen jetzt zum Truck. Ja, anscheinend, ja. Get the truck. Okay. Dann zum Truck. Jetzt zum Truck, ja. Abfahrt. Wieder runter. Okay, ist er sauber? Ja. Okay, Zombie höre ich wieder. Okay. Ich muss mich verbinden. Er sagt, verbinde ich. Okay. Anscheinend habe ich Schaden genommen. Okay. 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 Okay, auf geht's. Können wir das Auto noch nehmen? Können wir nicht, glaube ich. Nein, mit dem kann man nicht fahren. Dann müssen wir laufen, müssen wir Licht ausmachen. Vielleicht besser. Vielleicht sehen die Zombies uns dann nicht. Ja, vielleicht. Vielleicht fallen wir weniger auf. In der Apokalypse. Ja, wobei. Das, was ich von Zombies kennen, die riechen uns. Wahrscheinlich. Unser Hirn. Die wollen unser Gehirn. Ja, die riechen unser Hirn, genau. Die sind so gescheit. Das riecht Kilometer weit. Rechts. Ja. Ah, nee. Das sind Storcher. Vor uns, vor uns. Vor uns, ja. Oh, hinter mir. Du hast es im Griff. Warst. Ja, der hat mich getroffen. Ich verbinde mich. Oh, ich höre wie ein Zombie. Hinter mir schon wieder. Oh, hab ihn. Okay. Ich sehe ein Bewegung. Riefelmann, 300 Meter. Ich sehe ein Bewegung. Soldier, 300 Meter. Soldier. Bearing 0, 4, 5. Okay, da ist der Truck. Da ist der Truck. Da ist der Truck. Hast du? Ja, okay. Los. Wo hin? Wo hin? Das ist die Frage. Ah, almost there, guys. Now get to the boat. Where is it? Da hinten? Da hinten. Wieso müssen wir ja den Truck holen? Vielleicht müssen wir es zum Wasser transportieren, das Boot. Das ergibt Sinn. Vielleicht hat er ein Boot. Oh, oh, oh. Vorsicht. Ah. Hahaha. Hinter uns ist wohl was. Ja. Ignoriere ich jetzt ganz einfach mal. Okay, da fangen wir nicht. Wo fährst du lang? Ich habe mir gedacht, das ist am Weg. Ich bin Ego-Perspektive gefahren. Hinter uns sind viele. Ja, ich sehe es gerade. Ich bin durch den Außenspiegel. Oh, überfahr sie. Oh. Alter. Ich habe das Auto zuerst. Alter, jetzt haben wir es abgefuckt, weil wir reingefahren sind. Das ist halt... Ergstens, oder? Chopper sind coming from east. Try to signal our presence. Okay. Also, was müssen wir noch machen? Das Auto ist zerstört. Ja. Info warten. Keep your last bullets for yourself. Da oben sind die Leuchterraketen. Ja. Good news. A rescue team is on its way. Gut. Ah, da hinten müssen wir hin. Find escape. Ja. Man, 75 Meter, front. Football-Biles, 100 Meter, front. Wow, ganz für viele. Da sind mega viele. Da kämpfen sie jetzt durch, ja. Ich helfe Granate. Okay, komm runter. Aufschließen mal. Okay, 300 Meter. Okay, let's do this. Hinter dir. Oh, hinter mir, ja. Der Heli ist schon da. Hinter mir sind auch noch zwei. Würde keine große Bedrohung sein. Ich würde mich näher kommen. Das war der Zombie, ne? Knapp. Verbind dich. Ah, das geht. Passt. LKW explodiert einfach. Ja, keine Ahnung. Das ist halt ork. Vorsicht. Das ist halt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020